Es ist mir ja, dass Rühmen nichts nütze, doch will ich kommen auf die Gesichter und Offenbarung des Herrn. Ich kenne einen Menschen in Christo vor 14 Jahren. Ist er in dem Leibe gewesen, so weiß ich es nicht. Oder ist er außer dem Leibe gewesen, so weiß ich es auch nicht. Gott weiß es. Derselbe ward entzückt bis in den dritten Himmel. Und ich kenne denselben Menschen. Ob er in dem Leibe oder außer dem Leibe gewesen ist, weiß ich nicht. Gott weiß es. Er ward entzückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, welche kein Mensch sagen kann. Davon will ich mich rühmen, von mir selbst aber will ich mich nichts rühmen ohne meiner Schwachheit. Und so ich mich rühmen wollte, täte ich darum nicht törlich. Denn ich wollte die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber des, auf das nicht jemand mich höher achte, denn er an mir sieht oder von mir höret. Und auf das ich mich nicht der hohen Offenbarung überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlage, auf das ich mich nicht überhebe. Dafür ich dreimal dem Herrn gefleht habe, dass er von mir wiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf das die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich gutes Muts in Schwachheiten, in Schwachen, in Nöten, in Verfolgungen, in Ängsten, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Ich bin ein Narr geworden über dem Rühmen, dazu habt ihr mich gezwungen. Denn ich sollte von euch gelobet werden, sind mal ich nichts weniger bin, denn die hohen Apostel sind, wie wohl ich nichts bin. Denn es sind ja eines Apostel Zeichen unter euch geschehen, mit aller Geduld, mit Zeichen und mit Wundern und mit Taten. Welches ist es, darin ihr geringer seid, denn die anderen Gemeinden, ohne dass ich selbst euch nicht habe, beschweret. Vergebet mir diese Sünde. Siehe, ich bin bereit, zum dritten Mal zu euch zu kommen und will euch nicht beschweren, denn ich suche nicht das Eure, sondern euch. Denn es sollen nicht die Kinder den Eltern Schätze sammeln, sondern die Eltern den Kindern. Ich aber will fast gerne darlegen und dargelegt werden für eure Seelen, wiewohl ich euch fast sehr liebe und doch wenig geliebt werde. Aber laß also sein, dass ich euch nicht habe, beschweret, sondern, die, weil ich tückisch war, habe ich euch mit Hinterlist gefangen? Habe ich aber auch jemand übervorteilet durch deren Etliche, die ich zu euch gesandt habe? Ich habe Titum ermahnet und mit ihm gesandt einen Bruder. Hat euch auch Titus übervorteilet? Haben wir nicht in einem Geist gewandelt? Sind wir nicht in einerlei Fußstapfen gegangen? Lasst ihr euch aber mal dünken, wir verantworten uns. Wir reden in Christo vor Gott, aber das alles geschieht, meine Liebsten, euch zur Besserung. Denn ich fürchte, wenn ich komme, dass ich euch nicht finde, wie ich will, und ihr mich auch nicht findet, wie ihr wollet, dass nicht Hader, Neid, Zorn, Zank, Asterreden, Ohrenblasen, Aufblähen, Aufruhe da sei. Dass ich nicht aber mal komme und mich, mein Gott, demütige bei euch und müsse Leid tragen über viele, die zuvor gesündiget und nicht Buße getan haben für die Unreinigkeit und Hurerei und Unzucht, die sie getrieben haben. Komme ich zum dritten Mal zu euch, so soll in zweier oder dreier Zeugen Munde bestehen allerlei Sache. Ich habe es euch zuvor gesagt und sage es euch zuvor als gegenwärtig zum anderen Mal und schreibe es nun in Abwesen denen, die zuvor gesündiget haben, und den anderen allen, wenn ich aber mal komme, so will ich nicht schonen. Sintemal, ihr suchet, dass ihr einmal gewahr werdet des, der in mir redet, nämlich Christi, welcher unter euch nicht schwach ist, sondern ist mächtig unter euch. Und ob er wohl gekreuziget ist in der Schwachheit, so lebet er doch in der Kraft Gottes. Und ob wir auch schwach sind in ihm, so leben wir doch mit ihm in der Kraft Gottes unter euch. Versuchet euch selbst, ob ihr im Glauben seid, prüfet euch selbst. Oder erkennet ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr untüchtig seid. Ich hoffe aber, ihr erkennet, dass wir nicht untüchtig sind. Ich bitte aber Gott, dass ihr nichts übel tut. Nicht auf, dass wir tüchtig gesehen werden, sondern auf, dass ihr das Gute tut und wir wie die Untüchtigen seien. Denn wir können nichts wider die Wahrheit, sondern für die Wahrheit. Wir freuen uns aber, wenn wir schwach sind und ihr mächtig seid. Und dasselbe wünschen wir auch, nämlich eure Vollkommenheit. Der halben ich auch solches Abwesen schreibe, auf das ich nicht, wenn ich gegenwärtig bin, Schärfe brauchen müsse, nach der Macht, welche mir der Herr zu bessern und nicht zu verderben gegeben hat. Zuletzt, liebe Brüder, freut euch, seid vollkommen, tröstet euch, habt einerlei Sinn, seid friedsam. So wird Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßet euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Heiligen. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Bedenke, was im 2. Timotheus 4, Vers 3 steht. Denn es wird eine Zeit kommen, da wird man die gesunde Lehre unerträglich finden und sich nach eigenen Gelüsten Lehrer über Lehrer beschaffen. Von der Wahrheit dagegen wird man die Ohren abkehren und sich den Fabeln zuwenden. Es ist der Unglaube, der das Gute und Richtige verdreht, verzehrt und verspiegelt. Es ist der Glaube an den Weg, die Wahrheit und das Leben, der Einheit, Freiheit und Frieden ermöglicht. Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de